Ich liebe BMWs und der E30 M3 ist ein fantastisches Auto. Bei jeder Fahrt verliebt man sich in ihn. Das Fahrwerk ist eine Spur straffer, genau wie die Querstabbis. Und der Motor ist von 2,3 auf 2,5 Liter aufgebohrt. Er hat noch immer 48 Millimeter große Einlassöffnungen und den Rallye-Auspuff. BMW M macht wirklich einen tollen Job. Ich könnte noch stundenlang über die Besonderheiten meines Autos sprechen. Wenn du einmal einen E30 M3 fährst, wirst du ihn lieben. Das ist das Besondere. Du solltest dir einen besorgen.